Dann möchte ich alle Anwesenden willkommen heißen und auch unseren Referenten Wayne Magnani, der den weiten Weg aus Kalifornien gemacht hat, um hierher zu kommen. Wir haben ja morgen Abend auch einen Vortrag zur gleichen Zeit um 19.30 Uhr zum Thema Jehovasäugen aus unserer Nachbarschaft, welche gesellschaftliche Rolle spielen sie. Und dann haben wir tagsüber eher für Leute gedacht, die sich schon mit Zeugen Jehovas beschäftigt haben. Vormittags um 10 Uhr, ewiges Leben in Jesus Christus. Welche Bedeutung hat die Gottheit Jesu für unser Heil? Und dann, wir werden dann eine Stunde Mittagspause haben, zwischen 12 und 1. Und dann um 13 Uhr geht es darum, die Wachtturm-Gesellschaft, ihr Umgang mit Kindern. Gut, dann freue ich mich jetzt über das, was Dwayne Magnani uns sagen wird und übergebe. Danke, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich heute Abend zu euch sprechen kann. Ich bringe Grüße von meinen Brüdern und Schwestern in Kalifornien. Von meiner Frau, die böse auf mich war, weil ich sie nicht mitgenommen habe. Denn ich habe am Telefon erzählt, wie sehr es mir hier gefällt, wie nett und freundlich die Menschen zu mir sind und schon von Anfang an in München. Ich will Ihnen ein bisschen über meinen Hintergrund sagen, denn heute Abend bringe ich Ihnen mein eigenes Zeugnis. Und das tue ich in der Hoffnung, dass Ihnen das eine Vorstellung vermittelt, worin der Lebensstil von Zeugen Jehovas besteht. Und zuerst will ich einmal wissen, heben Sie die Hand, wenn Sie von Zeugen Jehovas besucht worden sind. Und wie viele von ihnen haben mit ihnen geredet, als sie an ihre Tür kamen. Nicht viele möchten mit Zeugen Jehovas reden. Und deswegen sind sie eine wachsende Sekte. Ich selber bin in einer ganz ungläubigen Familie aufgewachsen. Wir haben von Zeit zu Zeit die unitarische Kirche besucht. Haben in ein sogenanntes soziales Evangelium geglaubt, aber nicht in das Wirkliche von der Bibel. Was ihre Bibelkenntnis anging, so haben sie das erste Buch Mose kaum finden können. Mein Vater war ein ehemaliger Soldat. Er hatte ein angenehmes Wesen und war in der Gesellschaft, wo wir lebten, in dem Ort gut angesehen. Eines Tages wurde meine Mutter von einer Frau aus der Nachtbeschacht besucht, die ein Heft mitbrachte. Das hatte den Titel Wachtturm. Sie wurde sehr interessiert in dem Fakt, dass der Ende der Welt bald kommen wird. Und meine Mutter hat angefangen, sich für die Tatsache zu interessieren, dass das Weltende bald kommen würde und dass die Jehovas Zeugen aber dann in aller Ewigkeit eine paradiesische Existenz auf der Erde haben würden. Das hat aber mein Vater gar nicht sehr froh gemacht. Obgleich meine Mutter sich bemüht hat, meinem Vater das Wunderbare an diesen Glauben zu erklären, hat mein Vater gemeint, das sind doch komische Leute, sehr komische Leute. Und so hat er sich vorgenommen, er würde meine Mutter davon überzeugen, nicht mehr mit den Zeugen Jehovas zu lesen. Und er hat ihr gesagt, das sind ganz unpatriotische Menschen, das sind Menschen, die nicht in unsere Gesellschaft passen und ich will nicht, dass du damit etwas zu tun hast. Und so hat er beschlossen, dass er in der Bibel lesen würde und er würde sich informieren über die Lehren der Zeugen Jehovas. Und als er dachte, dass er nun dafür bereit war, hat er sich mit dieser Nachbarin niedergesetzt und hat gesagt, wir haben jetzt den ganzen Tag, um die Lehren ihrer Organisation zu studieren. Und es hat gar nicht lange gedauert, da hat er einsehen müssen, dass er ganz wenig über die Bibel wusste und so hat er die meiste Zeit ihr einfach zugehört. Und sie war sehr geschickt darin, wie man Bibelstellen verdreht. Sie nahm Schriftstellen aus ihrem Zusammenhang und was sie noch immer beweisen konnte, hat sie versucht, aus dieser Zeitschrift der Wachtturm zu beweisen. Und so wurde mein Vater auch ein Jehovas Zeug. Und so wurde ich es, also er ist es, wenn ich dich sage, so wurde ich es im Alter von fünf Jahren aufer. Das war das letzte Mal, dass mein Geburtstag gefeiert wurde. Birthday party, I should say. I said it. Okay. My last Christmas. War mein letztes Weihnachtsfest. My last Easter. Mein letztes Osterfest. Valentine's Day. Valentinstag. And all the holidays that you might have. Und auch alle die Ferien, die man hat. I became socially isolated from the rest of the community. Und ich war bald auch sozial isoliert von all den anderen Kindern, die in unserem Ort waren. Und so die längste Unterhaltung, die ich mit Nicht-Jehovas Zeugen hatte, war, wenn ich an der Tür bei jemand klopfte oder läutete und einen Wachtturm überreichen wollte. Ihr müsst sehen und wissen, dass die Kinder von Zeugen Jehovas nicht die Freiheit haben. Es wird ihnen nicht erlaubt, mit anderen Kindern außerhalb des Schulhofes je zu spielen und zusammen zu sein. Es wird den Zeugen Jehovas ja beigebracht, dass jeder Mensch außerhalb ihrer Gesellschaft böse ist und ihnen geistlich schaden kann. Und einer meiner traurigen Tage war, als ich bei dem Leichtathletik-Team meiner Schule nicht mehr mitmachen durfte. Ich habe Sport geliebt und besonders aber auch das Laufen. Ich war der schnellste Läufer in meiner Schule. Und die einzige Gelegenheit, die ich danach noch hatte, zu laufen, war, wenn mich Hunde der Nachbarschaft jagten, weil ich dort den Wachtturm hinbringen wollte. Ich weiß nicht, ob sie hinter mir her waren oder hinter dem Wachtturm, aber sie waren hinter uns her. Mein Leben bestand aus fünf Versammlungen jede Woche. Dann waren die Abende, wo ich selber vorbereiten musste, was ich da vortrug. Und an Samstagen und Sonnabend, wir sind ja nicht in München. An Sonnabend und Sonntagen wurde an die Türen geklopft. Ich kann euch sagen, dass ich allen Lehren dieser Wachtturm-Bibel- und Traktatgesellschaft glaubte, als kämen sie von Gott selber. Und der Kern meiner Überzeugung war, dass die gute Nachricht vom Königreich überall gepredigt werden musste und dann würde die Welt zu Ende kommen. Und wieder sage ich es, das Wichtigste für einen Zeugen Jehovas ist, dass er auf diesem irdischen Paradies sein wird. Und obgleich ich ein wahrer Gläubiger dieser Lehrer war, habe ich mich auch gelangweilt. Es gab eigentlich wenig, was mich herausforderte. Und so habe ich mich darin geübt, in der Königreichshalle wach zu bleiben. Und diese Langeweile hat mich dazu gebracht, mit 16 Jahren die Zeugen Jehovas zu verlassen. Und als das geschah, haben alle Zeugen Jehovas mich gemieden, sich gegen mich gewandt. Das war die Zeit, als der Krieg in Vietnam anfing. Und so hatte ich die Wahl, dass ich unter Umständen in Vietnam falle oder aber umkomme in Armageddon, was bald kommen würde. Und ich zog es dann vor, in Vietnam zu sterben. Es gab ohnehin keine Hoffnung für mich, weil ich ja die Zeugen Jehovas verlassen hatte. Aber es gefiel Gott, dass ich weder in Vietnam starb, noch irgendwo anders. Und Armageddon war immer noch nicht gekommen. Und so habe ich gewusst, ich muss mit dem Rest meines Lebens noch etwas anfangen. Und daraufhin beschloss ich, ich wollte ein Rechtsanwalt werden. Und so begann ich das Studium. Und als ich drei Jahre studiert hatte, bekam ich einen interessanten Brief von meiner Mutter. Es wird gesagt, du kannst jemanden aus den Zeugen Jehovas herausbringen, aber die Zeugen Jehovas aus jemand herauszubringen ist eine ganz andere Sache. Wenn ich diese Zeugung von meiner Mutter bekam, sagte die Zeugung, als ich diesen Brief von meiner Mutter erhielt, da las ich da drin, du hast noch 18 Monate zu leben. Das ist, weil, according to trustworthy Bible chronology, the end of the world was to come in Oktober 1975. Du hast deswegen noch 18 Monate, weil nach vertrauenswürdiger biblischer Chronologie das Weltende im Oktober 1975 1975 eintritt. Und ich dachte mir, das ist nicht fair. Ich hatte nur noch ein Jahr vom Grundstudium vor mir, dann würde das eigentliche Jurastudium beginnen. Ich hatte mich gerade verliebt. Das durfte einfach nicht wahr sein. Und ich habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt? Well, the logical decision was, if you've got 18 months to live, or, if you become a Jehovah's Witness, you could live forever, I wonder what I'll do. Und meine Überlegung war also, entweder lebe ich nur noch 18 Monate, oder aber ich werde wieder Zeuge Jehovas und lebe dann für immer, was werde ich dann wohl tun? The decision was a simple one. Die Entscheidung war ganz einfach. I decided I'd knock on doors till the end of the world. Und ich habe beschlossen, ich werde bis zu dem Weltende nun wieder an die Türen klopfen. So, I talked my girlfriend into marrying me. So habe ich meine Freundin überredet, dass sie mich heiratet. Because I didn't want to do this alone. Ich wollte das nicht alleine machen. And we went to the Kingdom Hall and I became a Jehovah's Witness. Und wir sind zum Königreichssaal gegangen und ich wurde wieder ein Zeuge Jehovas. I didn't want to just be a simple Jehovah's Witness. Nun wollte ich aber nicht einfach, nicht nur ein einfacher Zeuge Jehovas sein. I had a lot of time to make up. Ich hatte ja viel Zeit nachzuholen. I was going to be a full-time Jehovah's Witness. So wollte ich sozusagen ein Vollzeit-Jehovah's Zeuge sein. I knock on everybody's door in the entire neighborhood und an jede Tür klopfen in der ganzen Nachbarschaft. In der ganzen Stadt. Und wenn ich sogar im ganzen Staat, im ganzen Land, würden wir sagen, herumklopfen könnte, dann würde ich das auch tun. Denn seht ihr, Jehovah liebt die Menschen, die an viele Türen klopfen. Das dachte ich damals. Let me give you an idea of what I believed. This is taken from my own Jehovah's Witness Bible notes. Ich möchte euch eine Vorstellung von dem geben, was ich glaubte. Und das ist aus meinen, let's just say, das ist aus den Notizen, die ich in meiner Zeugen Jehovas Bibel gemacht habe, entnommen. Nachdem, was ich da in meine Bibel hineingeschrieben hatte, war ich sehr daran interessiert, das Königreich zu verkündigen, bis das Ende kommt. Und was mich besonders interessiert hat, war die Tatsache, dass nachdem dieses Königreich errichtet sein würde, würde es keine Kriege mehr geben. Und ich wusste, ich kann nicht Teil dieser Welt länger sein, weil es Jesus auch nicht war. Und auch nach dem, was ich damals notiert hatte, je mehr Wissen ich jetzt entwickeln, haben konnte, umso größer war meine Chance auf das ewige Leben. Ich wusste aber auch, dass fast alle anderen Menschen eben nur mit der Ausnahme der Zeugen Jehovas sterben würden. Und ich wusste, dass ich das auch praktizieren musste, was ich predigte, weil der Glaube Werke einschließt. Und nur, das war wichtig, nur Gemeinschaft haben mit Zeugen Jehovas, besonders in dieser letzten Zeit vor dem Ende der Welt. Ich habe diesen Zettel mit diesen Notizen damals, gerade vor kurzem, erst wiedergefunden. Und beim Lesen habe ich den Beweis gesehen, dass ich wirklich ein Zeuge Jehovas damals war. Als ein Zeuge Jehovas wusste ich, dass ich die Wahrheit hatte. Und ich hatte einen Plan, anderen zu helfen, und dieser Plan wurde von meinen Eltern noch unterstützt. Ich wurde von meinen Eltern besucht, die mit mir darüber redeten, dass ich etwas unternehmen sollte, um meinen Bruder wieder zu den Zeugen Jehovas zurückzubringen. Ich war schon ein ziemlich sturer Mensch, aber mein Bruder war noch sturer als ich. Der hat schon mit zwölf die Zeugen Jehovas verlassen. Und meine Eltern und meine Eltern waren nun der Meinung, dass ich meinen Bruder davon informieren sollte, dass das Weltende so nahe war. So sind wir nach Süd-Kalifornien gefahren und ich habe den Beweis aus der Zeitung vorgetragen. Ich habe ihm gezeigt, dass es in der Zeitung von Erdbeben stand, die sich ereignet haben. Es gab Seuchen und es gab Hungersnöte auf verschiedenen Teilen der Welt. Dass es Menschen gab, die verhungerten. Offensichtlich musste das Ende nur Monate weg sein. Und er glaubte mir. Und er entschied sich, er wollte wieder zu den Versammlungen der Zeugen Jehovas gehen. Aber seine Frau wollte nicht. Und es war so, dass seine Frau christliche Großeltern hatte. Und die kannten jemanden, der selber einmal Zeuge Jehovas war. Und er redete jetzt mit meinem Bruder. So about a week later, ungefähr eine Woche später, da kam ein Brief mit der Post. Und der Brief hat mich und in dem Brief stand, auch wenn du Gott dich hingegeben hast und aufrichtig bist, dann hast du vielleicht doch einen Fehler gemacht. Und mit dem Brief kam eine Liste an. Und die Liste war tituliert, Jehova's Witnesses A Non-Profit Organization. Und diese Liste hatte einen Titel. Also der Titel, das muss ich, I have to explain that, because in German that does not work. Also, auf Englisch heißt dieser Titel die Jehovas Zeugen A Non-Profit Organization, eine nicht-prophetische Organisation. Nun gibt es aber einen anderen Begriff, eine Non-Profit Organisation. Das ist eine gemeinnützige, eine nicht-auf-Gewinn-Arbeitende Organisation. Und beide Ausdrücke klingen im Englischen gleich, aber eben nur im Englischen. Und deswegen funktioniert es im Deutschen nicht. Aber ich hoffe, ich habe es jetzt erklärt. I guess you did have to explain it. One thing you must understand about Jehovah's Witnesses is that they claim to be the channel of communication from God. Und du müsst dir ja verstehen, dass die Organisation der Zeugen Jehovas behauptet, sie sei der Kanal durch den Informationen von Gott zu uns Menschen kommen. In fact, they believe that they are God's prophet on earth. Sie glauben sogar, dass ihre Organisation der göttliche Prophet auf der Erde sind oder ist. Another thing about Jehovah's Witnesses you must understand is that most of them have a very vague knowledge of their history. Und was ihr auch wissen müsst, die meisten Zeugen Jehovas haben nur eine ganz kümmerliche Erfahrung oder ein ganz kümmerliches Wissen, ein ganz undeutliches Wissen über die Geschichte ihrer Organisation. Als ich also diese Liste erhielt, war ich außerordentlich schockiert. Der erste Satz oder das erste Stück auf der Liste kam aus dem Jahre 1972. 1972. Und das waren nur zwei Jahre, ehe ich selber wieder zu den Zeugen Jehovas zurückgekehrt bin. Und ich möchte euch das vorlesen. Es kommt aus dem April 1. Issue of 1972. Es kommt aus dem Wachtturm vom 1. April 1972. Es gibt heute eine wirkliche Notwendigkeit, dass jemand spricht als ein wahrer Vertreter Gottes. hat also Jehova einen Propheten, der ihnen hilft, der sie vor Gefahren warnt und der ihnen zukünftige Dinge erklärt? Diese Fragen können positiv beantwortet werden. Wer ist dieser Prophet? Es war die kleine Gruppe derer, die in den Fußtapfen Jesu Christi nachfolgen, die zu jener Zeit bekannt waren als die internationalen Bibelforscher. Heute werden sie bekannt als Jehovas christliche Zeugen. Ich hatte kein Problem mit dem, was ich so gelesen hatte. Der Grund, warum ich wieder Zeuge Jehovas geworden war, war ja, was dieser Prophet in Bezug auf das Jahr 1975 angekündigt hatte. Aber dann habe ich weiter gelesen auf der Liste. Das nächste, was hier steht, kommt von dem Jahr 1889, which says the battle of the great day of God almighty, which will end in A.D. 1914, with the complete overthrow of Earth's present rulership is already commenced. 1889, also 1889, die Schlacht am großen Tag Gottes dem Allmächtigen, das ist ein Zitat aus Offenbarung 1614, Moment, jetzt habe ich es verloren hier, wird enden im Jahre 1914 mit der vollkommenen Niederwerfung von allen, die jetzt auf der Erde regieren. und das ist schon geschehen. Ich wusste natürlich etwas über 1914, aber ich wusste nicht, dass Gott vorhergesagt hatte, dass da das Ende der Welt eintreten sollte. dann habe ich weiter gelesen, nämlich aus dem Jahre 1918. 1925 wird die Ressurrecke der faithful Werte und die Reconstruction. Es ist rechtlich, dass Millionen Menschen noch auf der Erde noch auf der Erde werden. 1925 wird das Jahr der Auferstehung der Treuen Gerechten des alten Bundes bedeuten und der Anfang der Wiederherstellung. Es ist vernünftig zu Schlussfolger dass Millionen von Menschen, die jetzt auf der Erde leben, noch auf der Erde 1925 sein werden. Jetzt wurde ich also schon interessierter, um zu wissen, was 1925 dann eigentlich geschehen ist. und dann hat mir der Wachtturm im Januar 1925 also ganz am Anfang des Jahres Folgendes mitgeteilt. Das Jahr 1925 ist gekommen. Da hatten sie sicher recht im Januar dieses Jahres. Dann hieß es mit großen Erwartungen haben Christen auf dieses Jahr gewartet. Viele haben zuversichtlich erwartet, dass alle Glieder des Leibes Christi in die himmlische Herrlichkeit während dieses Jahres verwandelt werden. Das mag geschehen. Es mag auch nicht geschehen. Gott selber wird die Zeit bestimmen, wo er seine Absichten bezüglich seiner eigenen Leute durchführt. Christen sollten sich nicht so viele Gedanken machen über das, was dieses Jahr geschehen mag. Da habe ich mich schon sehr unwohl gefühlt, als ich das gelesen hatte. Einige Ausgaben des Wachtturms später, nämlich im September 1925, schrieb der Wachtturm, Es muss erwartet werden, dass der Satan versuchen wird, in das Denken der ihm geweihten Menschen den Gedanken hinein zu injizieren, dass während des Jahres 1925 das Weltende kommen würde. Einige Ausgaben des Wachtturms später, nämlich im September 1925, schrieb der Wachtturm, Es muss erwartet werden, dass der Satan versuchen wird, in das Denken der ihm geweihten Menschen den Gedanken hinein zu injizieren, dass während des Jahres 1925 das Weltende kommen würde. Und dann 1926 hat der Wachtturm gesagt, einige hatten vorausgesehen oder angenommen, angenommen, dass das Werk 1925 enden würde. Aber der Herr hatte das nicht gesagt. Die Schwierigkeit war, dass die Freunde ihre Vorstellung aufbliesen und zwar mehr als vernünftig war. Und als diese Einbildungen platzten, dann neigten sie dazu, alles dann wegzuwerfen. und habe ich mich gefragt, ja, was mache ich denn jetzt in Bezug auf 1975? Und ich war verzweifelt, fünf Minuten lang. und dann habe ich mir gesagt, das kann alles nicht wahr sein, das hat jemand erfunden. Das ist gar nicht möglich, weil die Organisation Gottes niemals so etwas hätte schreiben können und sagen können. Und deswegen habe ich das auch nie gehört bei uns, weil es ja gar nicht wahr ist. So habe ich meinen Bruder angerufen. Also ich komme mit meiner Frau wieder nach Südkalifornien und ich möchte, dass du den Mann, der das geschrieben hat, in deine Wohnung einlädst, in dein Haus und ich werde dort ihn entlarven, damit alle sehen, was das für ein Mensch ist. Das hat mein Bruder sehr glücklich gemacht, als er mein Kommen erfuhr. So ging ich zu meinen Zeugen Jehova Freunden und ich habe viele verschiedene Bücher zusammengesammelt. Rote und blaue und grüne. und ich habe sogar eine Bibel eingepackt in mein Auto. Aber ihr müsst natürlich wissen, ich hatte noch gar keine Zeit gehabt, die Bibel zu lesen. Und wir fuhren nach Süd Kalifornien mit großer Zuversicht innerlich bis zwei Uhr früh am Sonnabend. Da wachte ich auf und fürchtete mich zum Tode fast. Hier sollte ich so wie ein Champion auftreten und diesen Mann entlarven. Und ich hatte nicht eine Seite der Bibel gelesen. So habe ich so früh wie das dann an dem Tag ging die örtlichen Ältesten angerufen. Und ich sagte ihr müsst mir helfen, ihr müsst da hinkommen zu meinem Bruder und ihr müsst mir helfen. Und die haben gesagt, das machen wir gerne. Und einer Älteste sagte, wie heißt denn der Mann der dahin kommt? Und ich sagte, ja, der heißt Bill Setner. Und der hatte schon von ihm gehört. Der war vorher ein hoher Funktionär in der Hauptverwaltung der Zeugen Jehovas. und der Älteste sagte, Bruder Mugnani, geh nach Hause. Und ich sagte, ich bin über 800 Kilometer gefahren, um mit meinem Bruder jetzt zu reden. Und du willst, dass ich wieder heim fahre? Das ist ja viel zu peinlich, ich kann nicht wieder heim fahren. Was soll ich meinem Bruder sagen? Und der Älteste sagt, wenn du Armageddon überleben willst, dann musst du heim fahren. Also ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und so kam es eben dazu, dass ich doch mit Herrn Sedna redete. Und dann habe ich die erste halbe Stunde nur davon geredet, dass ich wirklich nicht vorbereitet war. Und wenn er also etwas mir sagen wollte, das mir unbekannt war, sollte das nicht zählen. Er sagt, das ist schon gut. Und dann hat er trotzdem weiter geredet. Und er zeigte mir Dinge aus den echten früheren Büchern und Wachtturm Nummern der Zeugen Jehovas. Er hat mir nicht einfach nur diese Liste gezeigt, sondern die echten Bücher, in denen diese Dinge standen. Die hatte er alle. Und dann hat er angefangen von Jesus zu reden. Und mir fiel auf, dass meine Frau einen immer glücklicheren Gesicht aus zeigte. Und sie fing an zu lächeln. Und wie die gelächelt hat. Ich habe sie nie so lächeln sehen. Und er sagte, er sagte, ich glaube, ich muss die Rede unterbrechen, deine Frau möchte ein Christ werden. und sagte, okay, mach es nur schnell. In other words, the Lord had me exactly where he wanted me. Der Herr hatte mich genau, wo er mich hinbringen wollte. Ich war wie verzaubert von dem, was dieser Mann mir sagte. Ich war noch nicht bereit, Christ zu werden. Aber ich war doch wissensbegig neugierig genug, um zu hören, was er noch zu sagen hatte. Wir haben dann die Wohnung des Haus meines Bruders verlassen und sind wieder nach San Francisco zurückgefahren. Und meine Frau konnte es kaum erwarten, mich zu fragen, was ich nun dachte nach diesem Tag. Herr Sedna hatte mir sogar ein Buch gegeben und das hieß Apostel der Verleugnung, der Verneinung. Und sie wollte wissen, ob ich dieses Buch lesen würde. Und ich sagte, ich muss das nicht lesen. Was meint sie, du musst das nicht lesen? Ich sage, ich muss es nicht lesen, weil ich schon weiß, dass er die Wahrheit gesagt hat. Als ich dann in San Francisco ankam, dann habe ich für 200 Dollar christliche Bücher gekauft. 1974 war das sehr viel Geld. War so ein hoher Stapel von Büchern. Und ich dachte, ich könnte mich selbst in das Christentum hineinlesen, sozusagen. Und ich las und las 16 bis 18 Stunden jeden Tag. Nach ungefähr einer Woche war ich ein bisschen müde. Und der Tag ging gerade zu Ende. Ich hatte auch nicht mehr viel Energie. Und da hatte ich dieses kleine Buch hier, Jesus von Nazareth, wer ist er? blätterte durch das Buch und ich fing an zu weinen. Und ich sah Jesus auf jeder Seite. Und ich begriff, Jesus ist dies für mich und er ist das für mich und er war alles. Und es war, als wenn das Dach von dem Haus auf einmal weggeflogen wäre. Ich weiß natürlich nicht, wie der Himmel ist, aber ich denke, das war schon ein Stück Himmel. Und alles, an was ich mich noch erinnern konnte, was ich gesagt habe, waren zwei Wörter. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Im Deutschen sind es drei oder mehr, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Und ich fühlte einen Frieden, wie ich ihn nie vorher gefühlt hatte. Und so nahm mich Jesus an, als sein Jünger. Und ich wusste ganz genau, wer er war. Jehovah's Zeugen lehren, dass Jesus der Erzengel Michael ist. Sie lehren, dass er von Gott erschaffen ist. Er wurde nicht erschaffen. Er ist Gott selbst selbst, der so sehr mich geliebt hat, dass er auf die Erde gekommen ist, um für mich zu sterben. Und als ich das wusste und begriff, hat es mein Leben verändert. Und wie sehr liebe ich ihn. Gott hat nicht irgendeinen Vertreter geschickt, er hat nicht irgendeinen Engel ausgewählt, der zu uns kommen sollte. Er hat so sehr geliebt, dass er selbst gekommen ist. Apostel 20, Vers 28 sagt, dass Gott sein eigenes Blut für uns vergossen hat. Und das ist für mich das Wichtigste, was es gibt. Meine Eltern freilich, die waren also sehr aufgeregt über die Sachen. Die konnten einfach nicht fassen, dass innerhalb nur weniger Tage mein ganzes Leben sich wieder geändert hat. Und sie haben mit aller Kraft auf mich eingeredet, mich mit den Ältesten der Zeugen Jehovas zu treffen, die mich wieder auf den rechten Weg zurück bringen sollten. Ich sage, ja, das tue ich, aber unter einer Bedingung, dass ich einen Mitarbeiter von Herrn Setna herbringen kann, mit dem Flugzeug, der dabei ist, wenn wir mit den Ältesten reden. und das sollte in meinem Haus stattfinden während eines ganzen Nachmittags. Und wenn nach diesem Nachmittag die Ältesten immer noch ihren Standpunkt bewahrt hatten, dann würde ich überlegen, ob ich doch wieder Zeuge Jehovas werde. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Die Ältesten hatten auch nie diese Informationen erhalten. Jemand, der noch nie ein Jehovas Zeuge war, war bei mir zu Haus und hat diesen Ältesten mehr über die Zeugen Jehovas erklärt. In drei Stunden als sie je im Leben wussten. Das hat mich nur noch mehr überzeugt, dass ich recht getan hatte. Mein Vater war immer noch unglücklich. Ich habe ihn aufgesucht und es war ein ganz trauriger Tag. Er hat mir gesagt, wenn ich Jehovas verbringte, dann wäre ich sein Sohn. Er hat mir gesagt, wenn du noch einmal etwas machst, was die Zeugen Jehovas in so eine peinliche Lage bringt, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Und es waren nur wenige Monate und wir begannen diesen Dienst, Witness, also Zeugnis, ja, wir würden sagen, EV vielleicht. Und 15 Jahre später wurde auch mein Vater Christ. Wir haben viele , viele Schmerzen in unserer Ministry. Wir haben in unserem Dienst viele Segnungen empfangen. Wir haben unser Dienst und auch noch andere, mit denen wir zusammen arbeiten, haben Tausende von Menschen erlebt, die die Zeugen Jehovas verlassen haben. Wir veröffentlichen viel Material über die Zeugen Jehovas. sowohl theologischer, geschichtlicher wie auch soziologischer Art. Wir glauben, dass die beste Weise einem Zeugen Jehovas klarzumachen, was seine Gesellschaft ist, ihm zu sagen, was sie eigentlich wirklich lehrt. Jehovas warnen Jehovas Jehovas Wir glauben aber auch, dass wir die Öffentlichkeit warnen müssen, Vorzeugen Jehovas. Eine der wichtigsten Dinge im Zusammenhang damit ist die Frage, wie sie mit ihren Kindern umgehen, wie sie die behandeln. Und für die letzten 15 Jahre sind wir auch dabei beschäftigt, in Angelegenheiten, die das Sorgerecht für Kinder betreffen, tätig zu sein. Wir haben herausgefunden, dass die Öffentlichkeit die Zeugen Jehovas besser versteht oder sie einschätzen kann, wenn sie weiß, die Öffentlichkeit wie die Zeugen Jehovas die Kinder behandeln. Und in den letzten Minuten, die wir jetzt noch haben, möchte ich einige Vorschläge machen, einige Tipps geben, wie wir mit Zeugen Jehovas umgehen können. Als ich zuerst die Zeugen Jehovas verließ und ich wollte ihnen das sagen, was ich wusste, dann habe ich mich immer sozusagen in Bibelschlachten mit ihnen eingelassen. Das ist eine Bibel und es ist eine Bibel. Das ist der Wachttur. Zeugen Jehovas lesen die Bibel durch den Wachtturm. Und mit einer Wachtturmbrille. Die können die Bibel gar nicht sehen. Wer von euch hat schon mit solchen geredet? Über die Bibel. Ist euch klar geworden, ihr wart an einem Kampf. Eine Bibel gegen Bibel. Weil ja in Wirklichkeit für die Zeugen Jehovas die Bibel gar nicht das Buch ist, sondern in der Wachtturm ist das Buch. Und deshalb verwende ich die Bibel nicht, wenn ich mit ihnen rede. Ich verwende den Wachtturm. Nachdem ich eine Weile also über Wachtturm Aussagen mit Zeugen Jehovas geredet habe, dann merke ich, dass ein ehrlicher Zeuge Jehovas keiner sein will. Kein Zeuge Jehovas. Wenn er Gott liebt, dann ist es Zeit, Gottes Wort aufzuschlagen. Dann brauche ich von da ab nicht mehr mit den Zeugen Jehovas nicht herumschlagen. Dann rede ich nicht mehr mit einem Zeugen Jehovas. Ich rede mit jemand, der ein Ex- Zeuge Jehovas ist. Zwei oder drei Stunden nachdem unser Gespräch angefangen hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr er jetzt interessiert ist an meiner Meinung. Ich werde jetzt sein Lehrer. Das Problem, das wir mit Zeugen Jehovas haben, ist ein Problem der Kommunikation, der Verständigung. Solange sie richtige Zeugen Jehovas sind, werden sie nicht auf mich hören. und was normalerweise passiert ist, dass du ja nicht sehr viel Zeit mit ihnen verbringen wirst. Wo triffst du sie denn? An der Tür. Oder wenn du irgendwo einkaufen gehst und da steht einer. Oder in ganz anderen unpassenden Gelegenheiten. Ich will sie bei mir zu Hause haben. Einen ganzen Nachmittag lang. Und da kann ich dann sehen, wie Gott arbeitet. Ich will euch eine Schriftstelle vorlesen, die ganz wichtig ist. Okay, which is it? It's in 2. Timothy. 2. Timotheus 2. 2. Verse 24 bis 26. Und es sagt, Und der Herr muss nicht quarrel sein, aber sein Kind zu allen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jeder Mann. Im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann, und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Ob ihnen Gott vielleicht Umkehr gebe, die die Wahrheit zu erkennen und wieder zur Vernunft zu kommen und der Verstrickung des Teufels entgehen, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Für den Christen kann es nur einen Mittler geben zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der auch Gott ist. Deshalb kann man nur dann wirkungsvoll mit Zeugen Jehovas umgehen, wenn man mit ihnen umgeht, als mit Zeugen Jehovas. Nicht wie mit vernünftigen Leuten. Nicht wie jemand, wie ich gern sein möchte, dass er ist. Ich muss ihn da treffen und abholen, wo er sich befindet. Und dann schauen, wie Gott an ihm wirkt. Ich glaube, dass viele, viele Zeugen Jehovas sitzen könnten, wo wir heute Abend sind. Wenn eins passieren würde, wenn die Gemeinde wirklich wollte. Ich weiß, ihr wolltet, aber es war eine schwierige Situation, als Ex-Jehovah's Witness, zu watch christian people slam their doors in the face of Jehovah's Aber es ist für mich, als einen ehemaligen Zeugen Jehovas, eine schlimme Sache zuzusehen, wie viele Christen, wenn ein Zeuge Jehovas klopft, ihm einfach die Tür ins Gesicht zumachen. Ist Jesus nicht auch für Zeugen Jehovas gestorben? Diese Leute kommen zu uns mit der Bibel in der Hand. Und Und doch sind wir es doch, von denen Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ich glaube, dass viel mehr Zeugen Jehovas Christen würden. Ich glaube, es kann nicht dabei bleiben, das Bild Zettner ein Zeuge ist für Dwayne Magnani. Ich glaube, dass ihr und Leute wie ihr es sein müssen, die diese Organisation ins Wackeln bringen. Und darum bin ich in Deutschland. Danke. H H H H H Untertitelung des ZDF, 2020